Dieses Haus ist ganz nett, der einzige Nacht ist, es liegt an der Straße. Und diese Straße ist ganz unangenehm laut. Es hat aber dieses schöne Atelier. Ein junger Mensch bergt darin heran. Ich will ja nicht aus meinem Haus weg. Aber Häuser verkaufen, wir können nicht. Bitte rein. Ich stehe jetzt ganz hierher über Siete. Und dann ist die Frage, was mit welchen Asilien, was mit Guteinnahmen und wie funktioniere ich? Jetzt habe ich einen Ort gefunden für eine kleine Ausstellung. Ich habe mit ihr gesprochen, ob es hier eine Vernissage war. Nein, es ist nur ein Galeriebetrieb. Aber immerhin eine kleine Galerie. Da könnte man doch mal so ein paar Bilder hinbringen. Da müssen wahrscheinlich so Aquarelle vom Dorf und von der Städtchen her. So nette Bildchen. Und den schönen Häusern. Ich habe eine sehr, sehr schöne Postkarte gekauft, die sich fast rentiert abzumalen. Vielleicht mache ich da so eine kleine Malübung heute. Also diese Straße bin ich noch sehr selten langgegangen. Die kenne ich eigentlich gar nicht so richtig. Jetzt mache ich mal ein View. Hier läge ich noch. Untertitelung des ZDF, 2020